Wir kochen einen Schrank. Pfff, weißt du? Sie ist klein. Nein, so klein! So klein! Um zu kalt... Das ist jetzt mit der 26 16V. Jetzt halten wir den schweren Blättern, ne? Das ist jetzt mit der 26 16V. Das ist jetzt mit der 26 16V. Das ist jetzt mit der 26 16V.